Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2018 Sie wissen gar nichts. Ich bin von der Inneren. Blödsinn, da kenne ich jeden. Wenn Sie sich da mal nicht täuschen. Als Sie geglaubt haben, Sie würden diesen Käppen vom Boden commenter wischen, hat Sie ein angeheuerter Schläger erwartet. Wenn einer in meiner Abteilung falsch spielt, dann merke ich das. Und wie die da bescheißen. Von mir weiß offiziell keiner. Ich arbeite seit zwei Jahren undercover an dem Scheißsaal. Halt, bleib da! Wir haben den Sohn von den Bullen. McFarren bringt uns gleich den Stoff. Okay, okay? Bitte. Nein! Aus dem Weg! Weiter, weiter! Haltet sie auf! Warte. Da, weiter. Schnell, steig ein. Okay, los. Weg da! Aus dem Weg! Festhalten! Halt, neues Schussfeld! Scheiße! Nicht zieh raus hier! Keine Bewegung! Stanley Rubino, Sie sind verhaftet. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen, kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie wollen garantiert unten raus. Um vier Uhr siebenundzwanzig wurde ein Vorfall gemeldet. Herr mit der Tasche! Ein verdächtiges Fahrzeug konnte entkommen. Es gab einen Schusswechsel. Und es gab Tote. Mehrere. Wir übernehmen das. Cass und ich. Diese Stadt wimmelt von korrupten Bullen. Wen haben wir denn da? Suchen Sie das hier? Vincent Downs, Morddezernat. Jennifer Bryant, Abteilung interner Ermittlungen. Super, ich mag strenge Polizistinnen. Um neun ist Thomas wieder zu Hause. Dad, wann kommst du endlich wieder nach Hause? Du bist mein Sohn. Du weißt, ich liebe dich. Aber es ist kompliziert. Vertrau mir einfach. Thomas! Dad! Thomas! Thomas! Vincent Downs, Sie haben etwas, das mir gehört. Geben Sie es zurück oder Sie sehen Ihren Sohn nicht wieder. Die sagten, das wäre eine einfache Sache. Das war's aber nicht. Die haben Tee! Sag mir sofort, was los ist. Die haben unseren Sohn. Hol ihn da raus. Es gibt da ein Problem. Wenn man auf jemanden zielt, muss man noch bereit sein zu töten. Ich arbeite seit zwei Jahren undercover. Er kennt die Drahtzieher und er kennt ihre Methoden. Ich will, dass jeder Cop, den wir geschmiert haben, Jagd auf Vincent Downs macht. Wenn meinem Sohn was passiert, bist du tot. Ich habe innen, ich habe viele innen. Ich habe innen, ich habe viele innen.